so herzlich willkommen zurück zu einem neuen video auf diesem kanal und heute habt ihr es im titel schon gelesen bzw vielleicht nicht aber es gibt mal wieder ein unboxing und zwar hat mich hier ein schönes paket erreicht aus russland ich würde sagen ja ihr könnt im titel eh schon lesen was drin ist aber ich würde sagen wir packen das ganze mal gemeinsam aus ist auch zum glück durch den zoll gekommen letztes mal muss ich zahlen diesmal nicht von daher ich packe das immer auf tisch und dann sehen wir uns gleich so ich würde sagen wir packen das jetzt mal aus hier irgendwie eine stunde öffnung ich glaube hier gibt es keine bestimmte öffnung haben wir schon mal die eine seite und die andere seite haben auch und hier sieht man schon ein namen also es tatsächlich auch für mich gedacht hier sieht man vielleicht schon durch was ist sein könnte sagen wir reißen mal dieses schöne paket hier noch auf kommt geht das ohne messer also es ist tatsächlich auch gut verpackt deshalb ja machen wir das ganze mit dem messer auf da spare ich euch jetzt hier das rum rupe da haben wir es auch schon ausgepackt ihr könnt es sehen chicava also ihr seht es hier ist das chicava und es ist die static easy so kann auf jeden fall arbeiten und ja ich packe das gutes stück mal auf ja hier sehen wir schon snickers snickers ist tatsächlich auch hier der colorway so und dann ach neues mundstück das sah letztes mal noch ein bisschen anders aus mal schauen ob ihr das hier erkennen könnt ja sieht ganz gut aus und stück haben wir schon mal was hier drin der anschluss mal gucken ist auch wieder magnetisch habe ich etwas magnetisches anscheinend nicht also ist auf jeden fall ja vielleicht mal genetisch das sehen wir aber dann gleich lege ich auch mal zur seite schlauch ein schöner sticker ist dabei ich finde die chicava sticker mal sehr nice danke dafür an der stelle und ja hier jetzt weiter dichtung das ganze kam ohne bowl an wie ihr vielleicht gesehen habt aber das ist kein problem denn ich habe hier so ein paar bowls stehen die sich auf jeden fall bei dieser pfeife sehr gut anbieten hier haben wir schon das taucher mit diffusor und ich glaube das ist schon die erste änderung aber wir vergleichen dann gleich die pfeifen das hier ist das neue taucher geht das nur so weit rein und dann andersherum also entweder man macht den diffusor so drauf der ist quasi nur leicht drauf gesteckt also nicht leicht behält auf jeden fall oder man braucht es halt ohne diffusor das ist auf jeden fall hier die zweite option und ja wir lassen es ganz einfach kurz drauf ich glaube wir machen es gleich wieder ab packen mal den teller aus und der teller hat auch ein neues design zumindest mein teller das hier ist der neue teller von der chicava vielleicht ist nur der teller von der static easy weiß ich aber nicht genau und jetzt kommen wir zum wichtigsten teil der ganzen pfeife nämlich der stem dann seht ihr nämlich mal welchen colorway ich ausgewählt habe und zwar braun mit gelb das ist der sogenannte ihr habt es schon draußen gewesen auf der verpackung der sneakers colorway dann schauen wir uns das ganze mal genauer an wird gleich die pfeife auch direkt angemacht denn ich habe heute noch keinen kopf drauf deshalb packe ich das ganze hier so schnell aus natürlich nicht so sieht das ganze aus und bei der pfeife also kennt ja die videos wenn ich die pfeife zusammenbaue und bei dieser pfeife ist es tatsächlich nur hier unten einmal das Tauchrohr dran machen so dann haben wir hier oben einmal den kohleteller und ja die pfeife ist schon zusammengebaut jetzt können wir mal gucken ist es magnetisch ich tippe mal auf ja ist magnetisch ja auf jeden fall so das ist die pfeife jetzt fertig zusammengebaut und ich würde sagen ich brauche mir jetzt ein leckeres köpfchen hau mal eine schöne bowl drunter und dann sehen wir uns gleich wieder so und mit diesem ring beziehungsweise mit diesen ringen heiße ich euch herzlich willkommen zurück ihr seht schon ich habe jetzt mal die beiden pfeifen nebeneinander gestellt ich habe diese pfeife natürlich kurz ausgewaschen mit wasser befüllt und x shisha reingemacht da ich gleich noch bilder machen werde aber das bild was ich jetzt gleich machen werde werdet ihr höchstwahrscheinlich schon bei meinem letzten post auf instagram im jahr 2020 gesehen haben wie gesagt den fokus jetzt auf die pfeifen gestellt da sich jetzt alles um diese beiden pfeifen drehen wird denn wir haben einmal die chicago static 2.0 und die chicago static easy ich erläutere euch jetzt kurz mal die beiden unterschiede beziehungsweise die unterschiede der beiden pfeifen und zwar haben wir einmal auf der linken seite die static 2.0 die static 2.0 liegt preislich bei so wir schauen jetzt mal auf hookerwerk wo es by the way auch zehn prozent mit dem code kassel 10 auf diese beiden pfeifen gibt aber die chicago static 2.0 die hier steht kostet mit bowl also nicht diese bowl sondern eine normale standard bowl in schwarz weiß 319,90 euro dem code kassel 10 gibt es da nochmal 31 euro rabatt mal über den daumen geschlagen auf jeden fall ist das schon mal der erste unterschied der preisliche unterschied 319,90 und die static easy kostet 259,90 das heißt der erste unterschied ist der preis und was haben wir noch für unterschiede außer dem preis natürlich bei dieser pfeife seht ihr einmal wir haben hier ein sogenanntes ich glaube restgewinde nennt sich das ich weiß nicht ob er das ganze überhaupt schrauben kann ich glaube nicht auf jeden fall haben wir hier so ein kleines restgewinde das haben wir bei dieser pfeife nicht wir haben hier in der mitte ja so eine säule die rauchsäule geht quasi bis hier oben hin ihr seht ja bis wo das schwarze geht hier vorne relativ gut und wenn man den blow-off hier zündet oder auspustet dann geht der rauch hier raus auf dieser seite haben wir eine kleine ja ich weiß nicht ich kenne diese ganzen fachbegriffe nicht im autobereich auf jeden fall geht der innere teil der rauchsäule nicht wie hier nach oben und ist nicht so schraubbar sage ich mal oder hat die optik dass man es schrauben kann sondern hier das ganze nur bis hier wenn ihr auf dieser seite den blow-off macht ich kann euch mal ein bild von dem blow-off einblenden wie es bei dieser pfeife aussieht und bei dieser pfeife geht der blow-off quasi hier auf dieser stelle auf dieser höhe raus ich zeige es euch mal und je nachdem wie schnell ihr dann pustet oder wie langsam gepustet geht der rauch auch hier nach unten also hier ist er so der rauch geht hoch und fällt nach unten ab und hier geht der rauch erst nach oben und dann fällt er ab das sind schon mal die zwei unterschiede bzw ich sage als zwei unterschiede das sind die unterschiede bei dem blow-off was gibt es noch für unterschiede wir haben hier einmal eine edelstahl base seht ihr hier ganz gut hier haben wir eine pom base ich glaube die sind von der höhe relativ gleich ich kann auch mal nachlesen nicht dass ich euch hier falsche informationen mitteile okay sie ist doch ein wenig kürzer anscheinend aber ich finde man sieht es ja doch ganz leicht man sieht es ganz leicht die base ist ein wenig kürzer geworden und sie besteht hier aus kunststoff also pom fühlt sich auf jeden fall hochwertig an habt ihr bei vielen pfeifen vor allem auf dem russischen markt aber auch zum beispiel mose und hier habt ihr eine edelstahl base die anschlüsse ich habe jetzt hier keinen anschluss dran der ist nämlich da irgendwo am schlauch der anschluss ist bei dieser pfeife und bei dieser pfeife gleich beziehungsweise ihr bei beiden einen magnetischen anschluss das ist sehr wichtig zu wissen das heißt der magnetische anschluss von dieser pfeife ist auch hier geblieben ich hatte bisher keinerlei probleme mit rost oder mit irgendwelchen problemen mit diesem anschluss ich finde super und er ist bei der static easy geblieben genau wie bei der static 2.0 ja von einigen leuten hört man immer wieder dass das rauchverhalten der static beziehungsweise der static 2.0 nicht ganz zufriedenstellend ist sag ich mal der blow off bei dieser pfeife ist relativ schwergängig das ganze hat chicago bei dieser pfeife geändert static easy ich weiß nicht ob es damit zu tun hat aber der blow off bei dieser pfeife ist auf jeden fall deutlich einfacher als bei dieser pfeife wie gesagt ich kann es euch nur versuchen zu zeigen aber ich kann euch versprechen der blow off ist auf jeden fall einfacher das heißt wenn ihr diese version habt wisst ihr wovon ich spreche und bei dieser version ist der blow off auf jeden fall deutlich einfacher ja sieht auch tatsächlich genauso wunderschön aus was haben wir noch für essentielle unterschiede ja wir haben hier einen kleinen oder ist hier ein größenunterschied ja doch ihr seht hier ich mache es mal auf eine ebene einen kleinen größenunterschied das ist würde ich sagen einer der merkbaren unterschiede außer der rauchsäule und der base und ansonsten habt ihr hier natürlich auch sehr viele colorways zur auswahl das ist hier jetzt der sneakers colorway in braun ist so leichtes glänzendes braun und hier oben mit gelb gefällt mir wirklich super gut auch hier mit dem ja wirklich dunkelrotem in der base noch also sieht fast braun aus ist das braun auf jeden fall sieht es wirklich sehr gut aus und bei dieser version habt ihr natürlich auch sehr viele colorways ich glaube hier kamen einige neue noch dazu das da bin ich mir aber gar nicht genau sicher und ansonsten haben wir noch eine änderung beim mundstück ihr seht hier beziehungsweise ihr habt es vorhin gesehen das hier ist das mundstück der chicaba static easy und das mundstück dieser pfeife ist bei mir leider in der wohnung aber das blende ich euch jetzt mal kurz auf dieser seite ein so sieht das mundstück der static 2.0 aus und ansonsten zum rauchverhalten kann ich bei dieser pfeife sagen es hat sich nicht viel verändert ich könnte sagen dass der anzug und durchzug ein wenig leichter ist aber es auf jeden fall noch nicht schwergängig aber wie von russischen pfeifen gewohnt etwas traditioneller gehalten das heißt ihr habt ihr kein atmen sondern wirklich einen angenehmen durchzug wenn ich jetzt zum beispiel mit pfeifen von luka vergleiche oder mose ist das ganze auf jeden fall hier schwerer aber dennoch meiner meinung nach sehr angenehm feiere ich sehr aber meiner meinung nach dennoch sehr angenehm und ansonsten noch ein kleiner klitzekleiner unterschied wir haben bei beiden pfeifen einen diffusor den diffusor habe ich einfach komplett ausgeblendet weil ich noch nie mit diffusor geraucht habe aber wir haben hier einen diffusor der ist ja so ein kleiner edelstahlring kann ich euch auch mal wieder auf diese seite einblenden weil ich gerade nicht weiß wo er liegt unter den ganzen diffusoren und bei der static easy haben wir diesen diffusor den habt ihr vorhin auch beim unboxing gesehen kann man einfach draufstecken ist mit gummidichtung innen und passt auch sehr gut zu base also bei beiden pfeifen ein diffusor hier ist der edelstahl und hier sieht der so aus so und ich würde fast schon sagen ich gucke hier die ganze zeit wie so ein beklopter zwischen den pfeifen durch aber ich würde sagen das war eigentlich die kleine vorstellung der static easy und die grundlegenden unterschiede zwischen der static 2.0 und der static easy wenn ich jetzt die wahl hätte zwischen diesen beiden pfeifen zu wählen würde bei mir die wahl tatsächlich auf die static easy fallen also auf diese pfeife erstmal ist die deutlich günstiger also ist auf jeden fall schon ein deutlicher preisunterschied und der blow off ist hier noch ein bisschen angenehmer und ich habe mich schon ja nicht satt gesehen aber mir gefällt das hier dass das ganze hier so komplett ist und von pom bases bin ich auch generell fan von daher das waren die unterschiede zwischen diesen beiden modellen ich hoffe das video hat euch gefallen ich hoffe ihr konntet was lernen ich hoffe ihr konntet euch ein bild über diese schöne pfeife verschaffen ansonsten vielen dank an shikawa fürs zusenden dieser pfeife sie wurde glaube ich ende november zugeschickt ist jetzt tatsächlich am 30. bei mir angekommen von daher ja ich freue mich dass ich hier die sachen vorstellen kann für euch und ansonsten wenn euch das video gefallen hat hinterlasst gerne einen daumen nach oben wenn ihr noch nicht abonniert habt abonniert diesen kanal aktiviert die glocke um keine weiteren videos zu verpassen oder live streams und ansonsten sehen wir uns beim nächsten video bis zum nächsten mal peace out bis zum nächsten mal